Ich möchte herausfinden, wer ich in meinem Wunschberuf sein kann. Du willst dich neu ausprobieren, aber gleichzeitig keine Zeit verlieren? Du denkst, das geht nicht? Schau mal hier! Hi, ich bin Lukas, herzlich willkommen bei der DAA. Wir sind seit über 60 Jahren einer der führenden... Ach komm, lass uns keine Zeit verschwenden, bei uns stehst du im Mittelpunkt. Komm einfach mit! Herzlich willkommen in der Übungsfirma. In dieser Talentschmiede kannst du herausfinden, was dich wirklich begeistert. Während deiner kaufmännischen Umschulung durchläufst du alle relevanten Abteilungen und kannst dich in verschiedenen Stellen ausprobieren, ohne dich immer wieder neu bewerben zu müssen. Hier im Vertrieb werden die besten Überredungskünstler und Überredungskünstlerinnen ausgebildet. Freizeitliche Sabbelstrippen können hier ihr Hobby zum Beruf machen. Hier herrscht eine so positive Stimmung, dass sogar das Wort Nein aus dem Wortschatz komplett gestrichen wurde. Und schau mal, auch die Personalabteilung wirst du im Laufe deiner Umschulung kennenlernen. Kriegen wir ihn. Mhm. Die Voraussetzung, um perspektivisch in diesem Bereich arbeiten zu können, ist, du musst halt wirklich Menschen mögen. Ja klar, schicken Sie uns die Unterlagen einfach zu. Aber machen Sie sich bitte keine Umstände, okay? Alles klar, danke schön. Boah, wenn es nach mir ging, würde die keinen Urlaub mehr bekommen. Naja, oder zumindest so tun als ob. Als Shopping-Queen wirst du dich vermutlich im Einkauf sehr gut aufgehoben fühlen. Und die Schnäppchenjäger kommen hier auch voll auf ihre Kosten. Das soll ihr letztes Angebot sein? Dann bestellen wir woanders. Wenn du dich gerne kreativ und strategisch austoben möchtest und Denglisch für dich keine Fremdsprache ist, dann wird die nächste Abteilung dich garantiert catchen. Äh, begeistert. Willkommen in der Marketingabteilung. Hier lernst du, wie man den Bekanntheitsgrad einer Marke steigert. Keywords ist das Schlüsselwort. Und rate mal, in welcher Abteilung wir uns jetzt gerade befinden. Hier hast du die Möglichkeit, einen Einblick in die Finanzen einer Firma zu bekommen. Und dein neues Lebensmotto wird lauten... Keine Buchung ohne Beleg. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Und damit endet auch mein Rundgang durch die Übungsfirma. Dem Kernelement deiner zukünftigen Umschulung. Und natürlich ist das nicht alles an unserer neuen Umschulung. Es wird berufsspezifischen Theorieunterricht geben. Es wird ein Praktikum geben. Und natürlich rechtzeitig zur Prüfung auch eine Prüfungsvorbereitung. Keine Sorge. In der Realität sieht es nicht ganz so aus. Aber bei der DAA lernst du im geschützten Rahmen alles, was du da draußen in der realen Welt gebrauchen kannst. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!